Heute geht es um deine Herzzahl und um deine Seelenzahl. Beides sind wichtige Aspekte aus der Numerologie, die uns Einblicke in unsere emotionalen und spirituellen Dimensionen geben. Zuerst werde ich dir erklären, wie man diese Zahlen berechnet und dann werden wir die Bedeutung anschauen und wir werden auch die spirituelle Bedeutung anschauen und gucken, zu welchem Stern du eine besondere Beziehung über dein Herz und deine Seele hast. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Medium, Heilmedium und Buchautorin und hier habe ich zwei schöne Bücher für dich. Wenn du dich für das kosmische Wissen der Sternenfreunde interessierst, bist du hier genau richtig. Der Link ist unter meinem Podcast, da kannst du dann gerne mal drauf schauen. So und jetzt beginnen wir mal mit der Herzzahl. Die Herzzahl repräsentiert die emotionalen Bedürfnisse und Wünsche einer Person. Jetzt haben wir den Vornamen, den Vornamen einer Person. Bei mir wäre das Monika oder wenn du einen Herkunftsnamen hast, das wäre bei mir Nirjana. Und wir schauen uns jetzt auch noch das Alphabet an. Das Alphabet beginnt mit A und das nummerieren wir durch. Ich gebe dir ein Beispiel, welche Zahl jeder Buchstabe erhält und dieses bringen wir dann zusammen. Wenn wir jetzt also mal den Namen Sarah als Beispiel nehmen. Sarah hat zwei A und das A steht für die Zahl 1. Und in dem Fall addieren wir jetzt 1 plus 1 ergibt 2. So hätte Sarah die Herzzahl 2. Wenn wir jetzt zur Seelenzahl gehen, welche die tiefsten Sehnsüchte und innersten Wünsche einer Person trägt, kommen wir wieder, machen wir das wieder mit dem Vornamen und gucken uns jetzt aber die Konsonanten an. Das heißt also, wir ordnen jedem Konsonanten eine Zahl zu, die wir aus dem Alphabet nehmen. Bei der Sarah ist es das S, das R und das H. Und entsprechend die Zahlen, die dazu gehören, ist 1, 9 und 8. Und die Summe beträgt dann 18. Und wenn man das nochmal addiert, beträgt, kommt man zur 9. Also letztendlich hat Sarah die Seelenzahl 9. So, jetzt lasst uns mit der Nummer 1 beginnen. Menschen mit der Herzzahl 1 oder der Seelenzahl 1 sind unabhängig, entschlossen und ehrgeizig. Sie suchen nach Führung und Selbstverwirklichung in ihrem Leben. Spirituell gesehen repräsentiert die 1 den Anfang, den Ursprung und den Schöpfergeist. Menschen mit dieser Herzzahl oder Seelenzahl haben oft eine starke Verbindung zum göttlichen Selbst und sind Vorreiter auf ihrem spirituellen Weg. Sie sind Pioniere, die den Mut haben, neue Wege zu gehen, um die Welt um sich herum zu transformieren. Diese Zahl steht für die strahlende Sonne. Also du bist, wenn du die Zahl 1 hast, mit der Sonne verbunden. Und das steht wiederum auch für Führung, Vitalität und Selbstausdruck. Die Sonne repräsentiert das Selbstbewusstsein, die Individualität und den Willen zur Entfaltung des eigenen Potenzials. So, und jetzt kommen wir zu der Zahl 2. Wenn du also entweder die Herzzahl oder die Seelenzahl als 2 hast, treffen folgende Punkte für dich zu. Menschen, die mit dieser Zahl verbunden sind, sind sehr sensibel, mitfühlend und harmoniebedürftig. Sie schätzen Harmonie und Beziehungen in ihrem Leben. Die Zahl 2 symbolisiert die Einheit, Dualität und das Gleichgewicht. Menschen mit dieser Zahl streben danach, Harmonie und Ausgleich in ihrem spirituellen Leben zu finden. Sie sind sehr einfühlsam und mitfühlend und suchen nach spirituellen Praktiken und Beziehungen, die sie mit anderen verbinden und ihnen Frieden bringen. Die Zahl 2 ist dem Mond zugeordnet, da er für Emotionen, Intuition und weibliche Energie steht. Der Mond beeinflusst unsere Gefühle und unsere innere Welt und symbolisiert das Unterbewusste, die Verbindung zu unseren Instinkten und unserer Seelenreise. Jetzt kommen wir zu der Zahl 3. Wenn du jetzt also die Herzzahl oder die Seelenzahl ausgerechnet hast und die 3 erhalten hast, dann bist du sehr kreativ, kommunikativ und optimistisch. Du liebst es, dich auszudrücken und deine Ideen mit anderen zu teilen. Du bist ein Teil der Kreativität, Ausdruck und Freude. Menschen mit dieser Zahl sind künstlerisch begabt und nutzen ihre Kreativität als Mittel zur spirituellen Entfaltung. Sie streben danach, ihre spirituelle Reise mit Leichtigkeit und Freude zu gestalten und anderen dabei zu helfen, ihre eigenen kreativen Potenziale zu entdecken. Wir ordnen der Zahl 3 dem Merkur zu, da er für Kommunikation, Verstand und Vielseitigkeit steht. Merkur regiert den Geist und die Intelligenz. Er fördert das Lernen, die Neugier und die Anpassungsfähigkeit und unterstützt uns dabei, unsere Gedanken und Ideen auszudrücken. Jetzt kommen wir zur Zahl 4. Wenn du jetzt also die Herzzahl 4 oder die Seelenzahl 4 hast, bedeutet dies, dass du praktisch, stabil und zuverlässig bist. Dass du nach Sicherheit und Ordnung in deinem Leben strebst und spirituell betrachtet symbolisiert die Zahl 4 Stabilität, Ordnung und ein gutes Fundament. Eine gute Erdung. Menschen mit dieser Zahl streben nach einem festen spirituellen Fundament und sie suchen nach Methoden und Praktiken, die ihnen Stabilität und Sicherheit bieten. Sie sind sehr diszipliniert und engagiert und nehmen ihre spirituelle Entwicklung ernst. Wir ordnen dem Planet Uranus der Zahl 4 zu, da er für Innovation, Freiheit und Unabhängigkeit steht. Uranus ist der Planet der Revolution und der Erneuerung. Er symbolisiert Originalität, Fortschritt und die Fähigkeit, überkommene Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Jetzt kommen wir zu der Zahl 5. Wenn du also die Herzzahl oder die Seelenzahl als 5 ausgerechnet hast, wirst du sehr freiheitsliebend, abenteuerlustig und vielseitig sein. Menschen mit dieser Zahl suchen nach Abwechslung und neuen Erfahrungen in ihrem Leben. Die Zahl 5 repräsentiert Veränderung, Freiheit und Abenteuer. Menschen mit dieser Zahl sind abenteuerlustig und suchen ständig nach neuen Erfahrungen und Wegen zur spirituellen Erweiterung. Sie sind offen für Veränderungen und bereit, das Unbekannte zu erkunden, um ihre spirituelle Wachstumsreise fortzusetzen. Jupiter ordnet man der Zahl 5 zu, da er für Wachstum, Expansion und Glück steht. Jupiter ist der Planet des Glücks und des Erfolges. Er symbolisiert Fülle, Großzügigkeit und Optimismus und fördert unsere spirituelle Entwicklung und unser Streben nach Wissen und Weisheit. Jetzt kommen wir also zu der Zahl 6. Wenn du als Herzzahl oder Seelenzahl 6 ausgerechnet hast, bist du fürsorglich, liebevoll und familienorientiert. Du legst Wert auf Harmonie und Gemeinschaft in deinem Leben. Spirituell gesehen steht die Zahl 6 für Liebe, Fürsorge und Mitgefühl. Menschen mit dieser Zahl sind oft spirituelle Heiler und Lehrer, die sich dafür einsetzen, Liebe und Harmonie in die Welt zu bringen. Sie sind tief mit dem Herzen verbunden und streben danach, anderen zu dienen und das spirituelle Wohlbefinden der Gemeinschaft zu fördern. Der Zahl 6 haben wir die Venus zugeordnet, da sie für Liebe, Harmonie und Schönheit steht. Venus symbolisiert die weibliche Energie, der Liebe und der Beziehung. Sie fördert das Mitgefühl, die Ästhetik und das Gleichgewicht in unserem Leben. Wenn du nun die Zahl 7 ausgerechnet hast, entweder für deine Herzzahl oder deine Seelenzahl, bist du sehr spirituell ausgerichtet, intuitiv und oft nachdenklich. Du suchst nach tieferen Verständnis und dem Sinn in deinem Leben. Die Zahl 7 symbolisiert spirituelle Erkenntnis, Intuition und tiefe Weisheit. Menschen mit dieser Zahl haben oft eine tiefe Verbindung zum spirituellen Reich und streben nach spirituellem Wissen und Einsicht. Sie sind suchend und reflektierend und sind auf einer ständigen Suche nach spiritueller Wahrheit und dem Sinn des Lebens. Wir haben Neptun zu der Zahl 7 zugeordnet, da er für Spiritualität, Träume und Illusionen steht. Neptun regiert die Welt der Fantasie und der Inspiration. Er symbolisiert das Unbewusste, die Kreativität und die Suche nach spiritueller Erleuchtung und Einsicht. Wenn du jetzt die Zahl 8 ausgerechnet hast für deine Seelenzahl oder für deine Herzenszahl, dann bist du sehr ehrgeizig und machtbewusst und sicher erfolgreich. Du strebst nach materiellem Erfolg und Anerkennung in deinem Leben. Spirituell betrachtet stehst du für Fülle, Erfolg und spirituelle Macht. Menschen mit dieser Zahl sind oft spirituelle Unternehmer und Führungspersönlichkeiten, die sich für materiellen und spirituellen Reichtum einsetzen. Sie verstehen es gut, die Verbindung zwischen spiritueller und materieller Welt zu nutzen und ihre spirituelle Kraft, um Wohlstand und Fülle in ihr Leben und das Leben anderer zu bringen. Man ordnet Saturn, der Zahl 8, zu, da er für Disziplin, Struktur und Verantwortung steht. Saturn ist der Herrscher über Zeit und Raum. Er symbolisiert Ausdauer, Beharrlichkeit und die Fähigkeit, Grenzen zu überwinden. Er lehrt dir, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen und deine Ziele mit Ausdauer und Entschlossenheit zu verfolgen. Jetzt kommen wir zu der Zahl 9. Wenn du also die Zahl 9 für deine Herzzahl oder deine Seelenzahl ausgerechnet hast, wirst du sehr mitfühlend, idealistisch und altruistisch sein. Du setzt dich für das Wohl anderer ein und strebst nach einem höheren Zweck in deinem Leben. Die Zahl 9 steht für Vollendung, Altruismus und spirituelle Vollkommenheit. Menschen mit dieser Zahl haben oft eine tiefe Verbindung zu einer höheren spirituellen Ebene und streben danach, die Welt durch Liebe und Mitgefühl zu transformieren. Sie sind oft spirituelle Lehrer und Heiler, die sich für das Wohl aller Lebewesen einsetzen und eine tiefe spirituelle Weisheit verkörpern. Man ordnet Mars der Zahl 9 zu, da er für Energie, Leidenschaft und Entschlossenheit steht. Mars ist zwar der Kriegerplanet, der unsere Durchsetzungskraft, unseren Antrieb und unseren Mut symbolisiert, aber er inspiriert uns auch dazu, unsere Ziele zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. So, nun hast du einen bestimmten Überblick erhalten und die Zahlen sagen ja auch etwas aus, nachdem du dein Leben jetzt ausrichten könntest und vielleicht versuchen könntest, in die Richtung dich noch mehr zu entfalten, wie die Zahlen es dir gesagt haben. Die Numerologie ist ja ein ganz altes System und wurde schon sehr oft immer wieder verwendet, um sein Leben besser zu verstehen. Und wenn du vielleicht noch mehr von der Numerologie wissen möchtest, schau mal unter das Video, dort habe ich dir ein paar Links eingefügt. Du kannst bei mir auf der Webseite deine Meisterzahl, deine Engelszahl bestellen. Du kannst auch die Heilszahlen nach Grabovi bestellen und sogar eine numerologische Partnerauswertung dir besorgen. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, bitte ich dich, ihn zu teilen, damit noch mehr Menschen davon erfahren, was ihre Herz- oder Seelenzahl aussagt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das tun und auch die Glocke aktivieren, damit du dann immer informiert wirst, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wünsche dir alles Liebe. Bis bald, deine Nirjana. Bis bald, deine Nirjana.